Leos Air ist ein hochattraktiver Springmeister, der wirklich Spaß im Training macht und immer wieder durch sehr gute Sprünge auf sich aufmerksam macht. Leos Air steht noch in der Entwicklung, aber bringt schon jetzt alles mit, was ein modernes Springpferd haben muss. Leos Air ist super lieb und lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.